So Leute und willkommen zu einem weiteren Paar von Yoshi's Woolly World zusammen mit der Mandelentzündung. Was? Nein, ich habe keine Mandelentzündung. Aber? Ich habe Schnupfen. Schnupfen? Ganz schlimm. Nicht Schnupfel, sondern Schnupfen, Leute. Was ist das hier? Mobile Marathon? Was hat das mit Süßigkeiten zu tun? Weißt du das? Nein. Ich höre, das heißt irgendwie Marshmallow Marathon. Das wäre irgendwie cool, aber mobiler Marathon, das ist... Nein, wir nehmen ohne Schnupfel diesmal. Kein Schnupfel, weil der stört nur und stirbt irgendwie komisch. Der stirbt nicht. Das haben die Leute doch in den Kommentaren geschrieben. Er stirbt nie. Er stirbt nie. Guck mal, da gibt es ganz viele Sachen, die nicht geklärt sind in diesem Level. So, wir haben das längere nicht mehr gespielt. Das heißt, genau sowas werdet ihr jetzt öfter sehen. Ist hier irgendwas? Nö. Ich würde sagen, wir... Da ist eine Sonne und ein... Oh. Ah, guck mal, das habe ich entdeckt. Meins, 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 meins. Nö. Ah! Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, ein Kampolin! Was ist das denn? Das sind wirklich neue Schätze. Nein! Das sieht aus wie so Mobiles, weißt du? Ja. Hier ist bestimmt irgendwas. Nix. Da oben, da kann man bestimmt noch höher. Ja, da. Da ist was. Ich habe es gesehen. Los, spring drauf! Und jetzt? Das ist ja richtig gut gerade, ey. Aber ich würde das Ding auch... Das ist springen selbst getötet. Hier ist irgendwas. Mach keinen Gang. Bang, 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 bang. Hoch, erstes Vollknoll. Meins! Oh Gott, das Ding das Ding. Oh mein Gott! Was war das denn? Hast du alle Münzen eingesammelt? Ah! Ich wurde gefressen. Wir haben ja schon die Halbzeit. Wollen wir nicht lieber nochmal nach unten gehen? Ja. Ich würde sagen, wir waren noch gar nicht unten, ne? Oh mein Gott! Das Ding ist bösartig. Die Cheep Cheep beendet da. Hier nach unten, oder? Lass mal die Münzen eins an glauben. Ah! Was ist hier denn? Was ist hier denn? Lass mich noch dran. Hier ist eins. Hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. Wo bist du denn? Tot. Oh! Nicht sterben. Meins! Meins! Ha! Guck, da war was mit dem Knöpfen. Ich wusste es. Ich bin jetzt tot. Klasse! Aber was kann man denn machen? Ah! Keine Ahnung. Ah, du musst eine Röhre. Hm. Mensch, kommst du da nicht rein, oder was? Jetzt ist mit einer Rakete drinne. Meins! 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 Und jetzt? Das ist ja meine Blüte. Allen fehlt uns aber noch, wenn du siehst. Wir wieder runter. Ja. Das ist auch eine coole Welt, oder? Die finde ich cool. Ja. Die finde ich cool. Alles klar. Muss ich mal vorgesprungen machen. Ja. Du musst auch nicht springen. Komm her! Komm her! Ja, warte, warte, warte! So. Nein, so sollten wir es nicht machen. So, das ist erstmal... Genau, jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Jetzt können wir hier ja lang. Nein, das hält er auf mich. Nicht doch. Guck, da sind jetzt für uns nicht dran. Machst du alles? Ja. Dann schauen wir jetzt auf der Seite hier. Bim, bim! Bim, bim! Bam, ba, la, la, la! Oh, das ist schwer. Klar, hier kommt noch irgendwas bestellen. Nichts. Wow! Da ist doch irgendwas hier drauf, oder? Nein, hier kommt nur die Welle. Sicher? Warte mal. Das müssen wir nochmal abchecken. Warte ganz kurz. Warte hier. Ja. Wenn ein Ball kommt, dann bin ich da hoch. Da war ich doch grad schon. Da war ich doch grad schon. Sicher, dass hier nichts ist? Ja. Warte, ich war auch mal auf einen Ball. Dann fliege ich hoch und dann ist da was. Mal prozentig. Da kommt kein Ball. Süß gerade. Ball! Wir haben Angst vor dir. Aber uns fehlt eine Blume. Ja, die ist hier bestimmt irgendwo. Hier unten wahrscheinlich, ne? Hier, da bestimmt bei den Knöpfen. Ne, da war auch nix. Da war auch nix. Da war auch nix. Müssen wir warten aus dem Ball, Dings, Bumsie, ne? Aber wir machen so. Ist auch in Ordnung. Da. Ja, bist du klasse gemacht. Hey, warte auf mich. Ja, mach ich doch. Und hier oben ist nichts. Super. Boah. Das ist die Welt. Komm so hoch die Welt. Ja, ich hab bald kein Leben mehr. Okay. Wir müssen hier lang jetzt auf jeden Fall. Das waren wir gerade. Das heißt, wir müssen uns genau gehen auch hier hoch. Wir sehen uns schon, dass du schwerer warst als ich. Hey! Was sagt man nicht? Was sagt man nicht? Das ist nur Tatsache, oder was? Nein. Sie wiegt tatsächlich mehr als mehr an die Leute. Tatsächlich. Machen wir das. Wow. Achso, das ist gut. Ja, gut. Hast du klasse gemacht. Ey. Will er irgendwie reinjumpen hier? Wollen wir auch reinhören? Nein. Wow, 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 wow! Hier hoch dann. Kommst du ja auch irgendwie hoch? Ja, mit dem Ball zu kommen. Ah! Ey! Der Sniper des Todes. Bam, 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 bam. Und jetzt geht hier hoch, sacken das ein und dann... Oh, Zeit! Schnell! Renn, 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 renn! Renn! Oh, was weiter! Oh my god! Da kommt ein Ball! Ja, witzig! Waren das alle? Ja. Tatsächlich. Ja, witzig. Wart doch erst auf mich. Das ist gut. Warte. Ich muss auch hochspringen. Oh, was kannst du denn? Ey, hallo! Ich hab ein Bestes gegeben hier. Ja, das Beste war wohl gut genug. Alter! Das hab ich besser schon mal gesehen, Madame. Oh, okay, stopp. Nö, 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 ich fang mit dir, ich fang mit dir nicht. Hör auf, er ist immer tot! Du wirst noch ein Leben! Braucht er dich. Hier, Herzen, ganz viel Glück. Ja, danke. Hast ganz viel Glück bekommen, oder? Ah, ich leb dich nie wieder! Nö, 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 nö! Fang mich doch, fang mich doch! Ist hier hot, ey. Du bist schon im Secret. Nee, aber hier ist dein Tod bestimmt. Ach man, du bist so doof! Was kann ich dafür? Du bist mir hinterher geflogen. Ja. Doe ist ein Geheimnis. So, jetzt schnell! Diesmal schaffst du's. Ah, ist das dein Ernst? Nein, ich finde das überhaupt nicht lustig. Jetzt kannst du wieder das Wollknäuern und ich nicht. Man muss selber lachen. Ah, scheiße! Was war das denn? Ey, war's immer! Ey! Ey! Kein Scheiß, warum ist irgendwas? Siehst du das? Ja, das sagst du immer. Darum ist was, siehst du das? Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's auch gemacht. Ich hab's auch gemacht. Das ist ja auch reguläre Wege, aber. Aber ich bin hier. Ach so? Ich fress mich gar voll. Alleine! Ah! Ah! Hey, komm, wie süß! Der ist voll vollzächt! Die sind voll süß, oder? Die acht Beteiligung. Ich glaube, es ist noch einer. Die müssen freisetzen hier. Ja. Willst du ihn freisetzen? Nein. Warum nicht? Ne. Oh, ich hab ganz dicke Eier. Äh, Wollknäuern. Los, mach! Ja, toll! So geht das nicht. Los! Hoch mit dir! Einfach mit Zunge! Einfach mit Zunge? Ja! Nichts pervers denken, Leute! Egal, ich hoch! Ich kann einfach so hoch! Nein, du kannst nur hoch! Das ging bei mir nicht! Nein! Nein! Nö! Niemals! Bumm! Warte! Da hast du einen Wollknäuern, willst du das holen? Alles klar, tötest du mich heute! Ist natürlich auch voll in Ordnung! Also, da hab ich nichts gegen! Haben wir jetzt alle Wollknäuern überhaupt? Ja, alle Wollknäuern haben wir wenigstens, ne? Scheiß auf was anderes! Ach, da bist du gestorben! Das tut mir aber leid! Als Herbst! Du, ich brauche dich! Herz hieß! Oh, eins schenke ich dir nicht! Danke! Zum Herz seiner Liebsten, ne? Nö? 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 Wer ist da kurz vorm Sterben denn? Ich oder du? Du! Okay, wo ist die unten? Alles klar! Sterb! Sterb! Ey! Sterb, sagt sie! Deine Grammatik ist gestorben, ey! Oh Mann! Oh, du für... Schluf! 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 Mann, die Klappe! Das wissen die Zuschauer aber nicht! Ja, aber jetzt! Ich schlufe tief und fest, Luis! Ist da irgendwas? Eine Rakete! Ich hab dich! 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 Upsala! Oh, du bist noch am Leben! Oh Mann, oh! Die Rakete bewegt sich irgendwie gar nicht! Warte, ich brauch dich nochmal! Nö! Nein! Diesmal aber richtig! Gesniped! Herziehs! Yeah! Nur für mich! Ja, toll! Und ich? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das unfair? Ist das unfair? Alter! Du bist so dumm! Ich fliege jetzt ein Ziel! Propeller Yoshi fliegt und siegt! Propeller Yoshi fliegt und siegt! Ich hab's so was von geschafft! Ich bin der Beste! Das weiß jeder! Wollt ich neu! Eins fehlt! Ja! Es ist wieder zurück! Ganzes Level zurück! Ey, das geht aber! Ich hab's aber gekriegt! Ich bin cool, ne? Nein, natürlich nicht! Was?! Ey! Was bin ich?! Nicht cool! Warte, ich hab noch mehr Sniper-Skills drauf! Deswegen hab ich dich hier durchgelassen! War gut, ne? Tada, orada, orada ... Opsi! Oder ich will den da eins 남. Oort, amis, ess mich jetzt! Was? Ich hab aber doch gar keinen Hunger. Oh, guck mal, ganz viele Dingsbum-sos! Oh, mach den Scheiß. Der wie holen wir den jetzt? Lassen wir doch den... Ah! Was machst du da? Hör mal auf damit! Ich hab' gold... Ich hatte goldendes Leben! Aber du verhindern! Ja, ja, ja! Ja, mir auch! Geh weg hier, komm! Kann sterben gehen. Richtig auch gleich! Ja, hier komm... Ey! Nein, ich steh! Lass mich in Ruhe! Da ist meine Rakete wieder. Lass das! Und jetzt? Es fehlt einem Wollknäuel! Jetzt geh nicht wieder auf die Rakete! Das ist cool, ne? Nein! Und jetzt sporierst du! Ja, okay, Wiedersehen! Das war gut, du musstest da rauf! Los, Flieg und Sieg! Lass mich jetzt erstmal hier raufkommen. Wir sollen miteinander spielen! Boah, ja toll! Ne, 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 ne! Ja, jetzt schaffst du ein Ziel ohne zu sterben. Du bist ja jetzt wieder da! Ja, so, lass den heißen! Soll ich wieder meine Flieg- und Sieg-Taktik nehmen, oder was? Nö! Ja, Flieg und Sieg! Also, wir müssen unten durch! Jetzt komm nicht auf die Idee, einfach ohne zu springen, okay? Mach keinen Scheiß! Einfach rein in die Runde fliegen da! Da kann man nicht durch! Oder kannst du durch Wände gehen? Ja! Mach keinen Scheiß! Mach keinen Scheiß! Nein! Wir müssen hier lang! Wir müssen hier lang! Wir müssen hier lang! Komm jetzt runter! Gottverdabend, komm runter! Da kann man auch nicht gleich! Da kann man irgendwo lang! Noch ein runter! Nein, nein, nein! Ich hab's überlegt! Hey, wo geht's nie raus? Hä? Geht's nicht weiter! Und jetzt? Wie machen wir das jetzt? Hier hoch, oder was? Ja! Ich bin gestammt! Schade! Hallo, geht's ehrlich weiter? Ja, sag ich doch! Aber nein! Du hörst ja nicht auf mich! Bist du der Schlauste? Bist du nicht? Doch! Mit deinem Schluf! Ich schluf heute sehr gut! Und ihr, Leute? Schluft ihr heute auch? Oder habt ihr geschlufen? Oh, schade! Ich hab's geschafft! Ah! Oh, Mann! Yoshi, renn! Ey! Also, ich bin durch! Verdammt! Kein Bonus-Game! Wir haben auch, glaube ich, kaum ne Blume gefunden, oder? Zwei Stück! Das ist echt scheiße! Aber egal! Neu Yoshi! Das ist das Wichtigste! Zählt nix anderes, Jo! Ah, diese stelle Musik! Ah! Hallo! Domi! Domi? Vielleicht meint er Dom Tendo den Let's Player? Man weiß es nicht! Den kennst du nicht! Das ist ein sehr erfolgreicher und der Tendo Let's Player, die ist das! So, da haben wir! Was ist das denn? Spielzeug, Yoshi! Wo ist der? Immer noch neben uns! Der ganz rote da? Den möchte ich jetzt sein! Wann seid er doch? Der ist cool, ne? Ja! Jetzt kommt der zu Level? Hier ist es! Weiß! Weiß ich nicht! Du hast es zu schnell weggedrückt! Ups! Also wirklich! Das hier? Ja! Danke! Cola? Wir trinken Coca Cola Leute! Werbung für Coca Cola hier! Prost! Ja! Ich bin ja ein Barkeeper hier! Ja! Ja! Ich bin ja ein Barkeeper hier! Bin ich gemein, Leute! Ja! Und Jana schreibt's in die Kommentare! Aber ich bin nicht niemals, oder? Ja! Ich rette dich vor allem! Nein! Ich hab auch voller Kito hier, du hast es gesehen! Hört mal auf! Nice! Allah! Gib mir deine Wolle her! Oh! Die Wolle! Ah! Habe ich gefunden! Nein, das habe ich gefunden! Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! 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 Das ist wohl doch nichts! Ich kann überleben! Ich stirbe! Ey, ich kannst mich mal in Brüben! Weil ich das mit Absicht zu machen! dazu weg ich bin gestorben schießt kurz du hast deine aufgabe sehr gut gemacht ich danke dir das ist was wenn man die austest das auch gehen können ich habe mich immer für die ausgabe ich genau so habe ich will oder nicht hier ist hier was jetzt geht es weiter gestorben nein ich bin ja die schießt sich nach oben warte ich ich bin der fliegende joshin warum flieger um das schaffen wir noch mehr gestorben du bist auf mir aufgesprungen wahrscheinlich probiert soll es aber diesmal ist super gemacht hast du hast deine aufgabe wirklich erfüllt oh gott nein nicht schon wieder nein nicht schon wieder nicht schon wieder bleibt da drauf bleibt da drauf ich mach den fly away ich kann es echt gar nichts oder gar nichts oder ich hab uns gerettet die hat mehr glück als verstanden oder was soll das denn heißen er hat mehr glück als verstanden was ist daran nichts zu verstehen hier oben ist was witzig will ich nicht sehe dann sehe ich nichts ich mach die augen auf ey 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 ich hab's nicht gesehen tut mir leid mach deine augen auf tut mir leid mach deine augen auf da sind propeller haha getroffen ich mach das warum machst du denn warum musst du mich einsaugen dann machst du auch immer ja wenn wir keine eier haben du hast aber 50 stück hinter dir ich hab dich aber aus Versehen gegessen alles klar das zählt natürlich ganz kurz warum geht's weiter ich glaub hier geht's auch noch weiter irgendwie lass mal ins glück alles klar hat sich erledigt meinst du hier ist was ich will ganz gerne nach oben gucken aber kann man wohl nicht auch die sind böse ja guck mal die männer krieg ich dich hier rette voller kippen so irgendwie so vielleicht so kriegt man die wollschneule also was war das vierte jetzt oder dritte ne jetzt hol mich doch mal nein 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 oh gott das war ich nicht siehst du das dort ne da ist eine fluke willst du die holen ja ok ich kann das ey ich hab sie direkt geholt adios ist doch nicht was oder ey wir haben fast alle zu bleib oben bleib oben bleib oben das Spiel müssen wir auch noch let's playen welches Spiel war das nochmal? Nintendo Land NINTENDO LAND NINTENDO LAND NINTENDO LAND NINTENDO LAND hey war das nicht auf Yoshi? da musst du doch hier rein nein das war Nintendo Land da war auch so ein Spiel das war auch so ein Spiel das war dieses äh meint das machst du echt klasse große Klasse die muss sich erst aus Weltklasse alles klar so macht man das also also warte nochmal 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 alles klar ey nochmal von vorne wie schmuck man dich aus? weiß ich auch nicht du hast mir grad ausgekackt net ja und jetzt? ja jetzt jetzt bist du dran achso was mach ich jetzt? so oh nein nicht sogar alles klar da brauche ich dich gleich siehst du das? und da haben wir noch Lakitos hier Achtung klasse das ist ein bisschen tödlich fettig aber der ist runtergefallen das bräuchte ich so dankeschön da ist ein Pfeil nach oben ich glaube wir sollen nach oben gehen da ist ne Schleife eine Blobe eine Blobe jetzt komm hier durch oh klasse hat sie ja richtig gelohnt ich bin gestorben dabei ey danke spiel ich weiß ein schwerer ne ich weiß ich habe ich gesehen dass du es gesehen hast ey ey komm mit mal erst wieder komm mit mal erst wieder komm mit mal erst wieder digger ey es geht doch nicht oh manu ey es war ich nicht oder? oder? nein gerade hier und ist was oder? ne das sieht nur aus ok doch das stimmt was huiiii meinst du ok opfer dich auf klasse jawoll da war was da hat es wieder recht he 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 oh manu ey doch bis was siehst du das? ja willst du das holen? warte 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 ja guck mal guck mal ne das kann ich nicht weil ich hier drauf bin doch kannst du nein ich kann sowas nicht ich kann sowas nicht ich bin unfähig das ist voll schwer wenn man da drauf ist ja komm her oder ein minispieler ist das dass ich nicht töten am besten so weißt du auf mich diesmal kann es ja so abschneiden glaube ich da machen wir abstickels ich auch nicht oder doch wissen habe ich noch was auf ich mache jetzt hier habe ich gefressen und guck mal ich habe mich helden vor den geschmissen oder wie ein echter held ist tun würde nein 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 verdammt das ist echt kindisch dass das ding nicht treffen ich habe die getroffenen in ein gesicht das war es mir war ich nicht nur eine blume eine blume ist gut was wir tun ja keine ahnung schokolade oder so ein eisbecher so eine eischokolade das klasse nein wir haben alle es kommt jetzt noch kannst du froh sein dass wir hier nicht sterben können es war ein weißer tampon alle blumen war es ja alle nach ihnen was eine blume das heißt es geht auch das heutige essen wer gewinnt beim bonusspiel bezahlt das heutige abendessen was ja und für meine schwester mit ne charis bezahlt das selber wir machen es schon ob der part ist hier extrem lange wenn er zu lang ist hatte ich den oh diesmal geht es in der wolkenjagd los ich rieche heute ein abendessen was ich nicht bezahle das ist gewinnt melone geh weg ey das ist nicht gemacht ein abendessen was ich wollte nicht du bist so doof man hier kann ich dazu holen was soll das du kriegst so kein abendessen das macht dir überhaupt keinen spaß doch guck mal war es aber nah dran ne du kriegst gar nichts das ist nicht lustig doch nee lach ich oder so nein wir haben Stempel auf Nähe gefunden mein yoshi Abendessen, Yoshi. Was ist das? Schokoladenfestungsburg. Was ist das, Yoshi? Schal-Yoshi, ne? Ja. Weil du auch mal einen Schal hast. Stopp! Wir müssen den Power erst mal beenden. Ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber schon lange. Das war's für die heutigen Paaren, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Du wie Duft, Mann.